Hallo Marius Ebert, in diesem Video geht es um den technischen Betriebswirt. Technische Betriebswirt bzw. technische Betriebswirtin IHK. Und zwar geht es in diesem Video um Karrierechancen. Aber ehe wir über Karrierechancen reden, müssen wir zumindest kurz über Zugangsvoraussetzungen reden. Denn es ist so, dass die Kammer möchte, will, verlangt, dass wer die Prüfung machen will, formale Zugangsvoraussetzungen erfüllen muss. Formale, nicht inhaltliche. Formale Zugangsvoraussetzungen. Und um den Rahmen dieses Videos hier nicht zu sprengen, habe ich das für Sie als Dokument vorbereitet. Ich sage Ihnen am Ende des Videos, wie Sie an dieses Dokument kommen. Das muss zunächst geprüft werden, denn ehe wir hier über Karriere reden, dieses Video ist ja vorgesehen für jemanden, der überlegt, den technischen Betriebswirt diesen Abschluss zu machen. Ehe wir über Karriere reden, müssen wir erstmal prüfen, ob formal die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, um überhaupt die Prüfung machen zu können. Wenn man dann nun die Prüfung gemacht hat, dann hat man ja in der ersten Stufe technisches Wissen. Als Industrie- oder Handwerksmeister oder durch ein Ingenieurstudium. In der zweiten Stufe macht man dann den technischen Betriebswirt. Ich erlaube mir, das mal hier so abzukürzen. Und bekommt das betriebswirtschaftliche Wissen dazu. Und das ist hier, das Plus ist das Entscheidende, ist eine sehr wertvolle Kombination. Da sind Sie zum Beispiel mir sofort überlegen, wenn Sie technisches Wissen mit betriebswirtschaftlichem Wissen verkoppeln, sind Sie zum Beispiel mir total überlegen, weil ich das technische Wissen zum Beispiel nicht habe. Was können Sie dann damit machen? Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal wäre die Möglichkeit der Selbstständigkeit in einem KMU, wie man so sagt, kleinen mittelständischen Unternehmen. Ein solches zu übernehmen vielleicht im Rahmen von Unternehmenskauf, Erbschaft, wie auch immer. Ja, wäre eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist die Möglichkeit einer Führungskraft. Und zwar an dieser Schnittstelle hier. Ja, das hier ist eine Schnittstelle. Techniker sind Techniker und Kaufleute sind Kaufleute. Und die Techniker verstehen die Kaufleute nicht und die Kaufleute verstehen die Techniker oft nicht. Wenn man nun in beiden Welten sich auskennt, ja, sie werden immer Techniker bleiben, weil das ihre grundsätzliche Prägung ist. Das ist meine Erfahrung aus tausenden von Leuten, die ich kennengelernt habe im Laufe der Jahre, die bei mir technische Betriebswelt gemacht haben. Diese Menschen werden immer Techniker bleiben und das ist auch gut so. Es geht ja nicht darum, die Persönlichkeit da umzukrempeln. Aber der Unterschied zu den anderen Technikern ist, dass sie sich in dieser anderen Welt auch auskennen. Es ist dann immer noch nicht unbedingt ihre Welt. Ihre Neigung und Sympathie liegt immer noch in der Welt der Technik. Und wie gesagt, das ist völlig in Ordnung. Aber sie können sich in beiden Welten sicher bewegen und, und jetzt kommt das Entscheidende, sie können diese beiden Welten zusammenbringen. Ja, hier, da ist die Schnittstelle und das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant, wenn ein Techniker bei der Konstruktion, Entwicklung und Konstruktion eines Produktes, eines technischen Produktes auch an Marketingaspekte denkt, an Kundennutzen denkt, dann kann er großen Erfolg haben, auch im Bereich von Selbstständigkeit. Ja, also nicht zuletzt Innovation kann hier genährt werden, wenn man sich in beiden Welten auskennt. Also ich könnte Ihnen aus dem Stand eine Menge Produkte aufzählen, von denen ich sage, das hat ein Techniker gemacht, der keine Ahnung hat von dem, was der Kunde, der eben das technische Wissen nicht hat, wirklich braucht. Ja, der Kick ist, zu wissen, dass der, der das Produkt nutzt, eben kein Techniker ist und das unter Marketinggesichtspunkten, unter dem Aspekt des Kundennutzen, und das lernt man hier, ja, in dieser Welt unter anderem, so zu konzipieren, dass es auch am Markt Erfolg hat. Ja, eine Firma, die das großartig kann, ist Apple, muss man wirklich so sagen, ja, selbst wenn man da nicht sympathisiert mit dieser Firma, muss man das sagen. Technische Produkte, aber so sexy, dass sie auch bei dem Normalkunden, der kein, vor allem beim Normalkunden, der kein Techniker ist, großen, großen Erfolg haben, diese Produkte. Ja, und das bedeutet, Technik und Betriebswirtschaft zu kombinieren, das ist die Schnittschnelle. Und da ist ihre Chance, da sind nur wenige, viele sind hier in dieser Welt, viele sind hier in dieser Welt, aber nur wenige kennen beide Welten, und das ist die eigentliche Karrierechance des technischen Betriebswirts. Ja, durchaus faszinierend, wie ich finde. Okay, das war's für dieses Video, zurück zu den Zugangsvoraussetzungen, klicken Sie einfach auf den Link unter dem Video, warte, ich zeige Ihnen das mal eben. Hier ist das Video, hier drunter befindet sich ein Link unter dem Video, Sie klicken auf diesen Link, dann erscheint eine Folgeseite, hier tragen Sie Ihre E-Mail ein und drücken auf Abschicken, das ist alles. Dann bekommen Sie kostenlos und unverbindlich das Dokument mit den Zugangsvoraussetzungen, und dieses Dokument brauchen Sie eh. Ja, wenn Sie dieser Weg hier interessiert, und sonst würden Sie dieses Video ja gar nicht bis hierhin gucken, dann brauchen Sie dieses Dokument, also klicken Sie auf den Link, tragen Sie Ihre E-Mail ein, kostenlos und unverbindlich. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass, wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert. J fortunately es uns geügt, liebe哥s. Danke gut.